Zweiter Teil, Nummer 13, Bild 34, den Tiger packen und zum Berg zurückkehren. Nummer 14, den Ball wie durch Wasser ziehen. Bild 35, Bild 36, Schutzhaltung, Bild 37, große Drehung und Faustverstecken. Nummer 15, Bild 38, Affenlocken. Bild 39, Affenlocken, Bild 40, Affenlocken. Nummer 16, Bild 41, Schrägflug des Krans. Nummer 17, Bild 42, großer Kreis. Bild 43, Abwehrstellung. Nummer 18, Bild 44, der Kranich breitet die Flügel aus. Bild 45, Apfel pflücken. Nummer 19, doppelte Schrittfolge. Bild 46, vorschieben, Bild 47, Schrittfolge, Bild 48, vorschieben, Bild 49, Schrittfolge, Bild 50, vorschieben. Nummer 20, Bild 51, Schwimmen. Bild 52, Netze einholen. Bild 53, die Nadel fällt in die Tiefe des Meeres. Nummer 21, Bild 54, Wasser schöpfen und Himmel stützen. Bill 53, Nadel Fischung, Wasser Schöpfen und Himmel stützen. Gott 24, Nadel Fischung, Wasser Schöpfen und Himmel stützen. Vielen Dank.